Leute, 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 was ist eigentlich bloß los in diesem Land? Ich kann es langsam echt nicht mehr hören, wie hier laufend gegen die Zukunft der Automobilindustrie Stimmung gemacht wird. Gerade gestern ist mir wieder ein besonders krasses Beispiel über den Weg gelaufen, wo einfach mal eine völlig hanebüchene Behauptung aufgestellt wurde, bei der man sich auf eine amerikanische Studie beruft und das Ganze dann in einem Artikel veröffentlicht und als Facebook-Post raushaut. Natürlich wird der Post dann tausendfach geteilt und mit den üblichen Häme-Kommentaren oder sogar blankem Hass versehen. Und diese Stimmungsmache, die richtet sich gegen die deutsche Automobilindustrie. Ja, ihr habt richtig gehört, gegen die deutsche Automobilindustrie. Denn wenn man ständig gegen E-Autos hetzt, dann schadet man nicht den Grünen oder der EU, man schadet unseren Autoherstellern. Denn die haben sich ja nun bei uns längst committed, dass E-Autos unsere mobile Zukunft sind. VW, Audi, Porsche, Mercedes, BMW und Opel, die arbeiten doch schon längst auf 2035 hin, wenn der letzte Verbrenner vom Band laufen soll. Dass mir jetzt der Kragen geplatzt ist, das liegt nicht unbedingt an der Überschrift an sich. Die lautete nämlich einfach nur, aktuelle Studie zeigt E-Autos auf lange Sicht teurer als Verbrenner und kam von der Zeitschrift Chip. Ja gut, da denkt man sich als erstes, an welcher Verbrenner-Lobby-Uni in Detroit haben jetzt die denn schon wieder irgendeinen Käse zusammengerechnet? Das Haarsträubende ist aber einfach, wie in diesem Artikel da eine durchaus reale amerikanische Studie über Kundenzufriedenheit als Quelle hergenommen wird und dann Aussagen ja einfach frei erfunden werden, die dann als Beweis für irgendeinen Mist dienen sollen, mit dem einzigen Zweck, das E-Auto schlecht dastehen zu lassen. So, und nach dem Intro erkläre ich euch, worum es in dem Artikel ging und welchen Blödsinn die Chip-Redaktion sich dazu ausgedacht hat und was wir jetzt alle konkret dagegen machen können. Also wird spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Kurz zusammengefasst gab es im Juni eine Autoqualitätsstudie des amerikanischen Marktforschungsunternehmens JD Power. Das machen die schon seit vielen Jahren und liefern mit ihren Ergebnissen wichtige Daten für den amerikanischen Automarkt. Und aus dieser Studie will Chip nun herausgelesen haben, dass Elektroautos auf lange Sicht viel teurer als Verbrenner sind und gleich der erste Satz spricht da Tacheles. Lange dachte man, dass E-Autos für Fahrer auf lange Sicht günstiger sind. Eine neue Studie widerlegt dies nun. Und die Begründung kommt sofort. Elektroautos gelten als wartungsarm, weil sie weniger Verschleißteile haben. Doch eine aktuelle Untersuchung von JD Power widerspricht dieser Annahme. Elektrofahrzeuge und Plug-ins benötigen in sämtlichen Reparaturkategorien mehr Wartung als benzinbetriebene Fahrzeuge. Die Studie zeigt, dass Besitzer dieser Autos dreimal häufiger den Händler aufsuchen müssen als Fahrer von Wagen mit Verbrennungsmotoren. Okay, das leuchtet doch sofort ein. Wenn ich dreimal mehr in die Werkstatt muss, wird es auch logischerweise dreimal so teuer. Nur ist es leider frei erfunden. Dass Besitzer von Elektroautos dreimal häufiger den Händler aufsuchen müssen, ist in der Studie überhaupt nicht erwähnt. Die JD Power Studie bezieht sich einzig und allein auf Probleme in den ersten 90 Tagen nach dem Kauf. Was natürlich nicht bedeutet, dass die langfristigen Wartungskosten höher sind. Wir reden hier von den ersten 90 Tagen. Wenn es da was zu bemängeln gibt, dann läuft das doch sowieso über Garantie. Also ohne jegliche Kosten, egal welcher Hersteller und egal ob Verbrenner oder E-Auto. Und wenn JD Power von Problemen schreibt, dann sind das, wie sie selber analysieren, Beschwerden wegen der Spracherkennung, wegen Verbindungsproblemen bei Android Auto oder Apple CarPlay, Bedienungsproblemen beim Touchscreen oder mit dem Navigationssystem und instabile Bluetooth-Verbindungen. Ganz hinten in der Problemtabelle stehen dann übrigens Rivian, Tesla und Polestar, also reine Elektrohersteller. Und bei denen, da wurden dann ungenaue Reichweitenangaben, Lackschäden, Kofferraumklappen und Windgeräusche und Gequietsche bemängelt. Die drei sind übrigens dicht gefolgt von Audi und VW, mit nur unwesentlich weniger Problemen. Aber was soll's, Rivian, Tesla, Polestar, alles reine E-Autohersteller. Und bei denen gibt's in den ersten 90 Tagen die meisten Kundenbeschwerden. Da müssen die also viel häufiger in die Werkstatt als die anderen. Also sind E-Autos viel teurer in Erwartung, ist doch logisch. Und das bringt Chip dann so auf den Punkt. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass Elektroautos trotz des geringeren Anteils an verschleißbaren Teilen häufiger repariert werden müssen und dass es noch viele weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, kommen sie dann zum Schluss auch noch mit dem allgegenwärtigen Problemen bei leeren Batterien um die Ecke. Zitat Ein Fall macht das besonders drastisch deutlich. Eine Großmutter aus dem US-Bundesstaat Arizona hat einen Albtraum erlebt. Ihre kleine Enkelin war plötzlich im E-Auto gefangen. Die Batterie des Teslas war plötzlich leer und der Wagen verschlossen. Schon bei ihrem Eintreffen zeigten sich die Einsatzkräfte besorgt. Oh nein, das ist ein Tesla. In diese Autos kommen wir nicht rein. Letztlich konnten sie das Kind retten, indem sie die Scheibe einschlugen. Also Leute, abgesehen davon, dass ich diese Begebenheit ebenfalls für völlig frei erfunden halte, betrachten wir uns das doch mal ein bisschen ernsthaft. Die Großmutter fährt also Tesla. Plötzlich war die Batterie leer. Das kann dann ja eigentlich nur die 16 Volt Bordnetzbatterie gewesen sein, denn die ist für die Türöffnung zuständig. In jedem Tesla gibt es eine mechanische Notentriegelung für die Türen. Gut, die kleine Enkelin im Auto und die Oma, vielleicht außerhalb des Autos, wussten das vielleicht nicht. Aber die Einsatzkräfte? Ich tippe mal auf die Feuerwehr. Ich meine, selbst in den USA, da sollte die Feuerwehr doch auf die gängigen Automarken geschult sein und wissen, wie man eine Tür notentriegelt. Also Leute, Mann, 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 Mann. Und wenn ihr euch fragt, was hat diese Anekdote mit den Wartungskosten zu tun? Die Antwort, nichts. Die dient ausschließlich dazu, auch wirklich den Letzten zu überzeugen, wie schlimm E-Autos doch sind. Also ich weiß ja nicht, aus welchem Verschwörungs-Bootcamp die Schreiber der Chip-Redaktion rekrutiert werden. Aber so langsam müsste doch sogar denen ziemlich peinlich sein. Und was können wir jetzt machen? Wir machen jetzt und hier unsere eigene Studie. Die ist vielleicht nicht repräsentativ, aber wenigstens ehrlich und praxisnah. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie hoch bei euch die Betriebskosten mit eurem E-Auto sind. Ihr seid ja mit Sicherheit vorher auch Verbrenner mal gefahren und habt da ganz bestimmt einen Vergleich mit früher. Bei mir sind es zum Beispiel 35 Jahre, bevor ich jetzt seit 6 Jahren nur noch E-Fahre. Und ich kann für unsere beiden E-Autos sagen, dass die laufenden Wartungskosten der letzten 4 Jahre gegen 0 tendieren. So, das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wohler und hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und lasst mir gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.